Hallo alle zusammen, hier ist Pohl vom BeSecure-Team. Bei BeSecure setzen wir uns für eine sichere und positive Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen ein. Dies ist das vierte von sechs interaktiven Videos, die sich um unsere speziellen Smart-Regeln drehen. Hier sind sechs einfache Tipps, die euch helfen, sicher im Internet unterwegs zu sein. Vielleicht habt ihr sogar schon mal davon gehört. Natürlich erfahrt ihr hier nicht alles, was ihr wissen müsst. Aber wir glauben, dass es ein guter Anfang ist. In diesen Videos werden wir euch viele Fragen stellen und etwas Zeit lassen, um euch über eure Ideen auszutauschen. Es wäre wirklich toll, wenn Erwachsene und Kinder diese Videos zusammen durcharbeiten könnten. Und achtet auch auf unsere drei Challenges am Ende. In diesem Video werde ich euch die R-Regel erklären. Dann legen wir mal los. Als erstes müssen wir herausfinden, wofür das R steht. Ihr habt zehn Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. R könnte für so vieles stehen, stimmt's? Ist es vielleicht R für Rakete? Oder R für Rollschuhe? Wie wär's mit R für Regenbogen? Ich würde zwar gerne mehr über diese Dinge erfahren, aber tatsächlich steht R für Richtig. Bei der Richtig-Regel geht es um Informationen im Internet. Und davon gibt es jede Menge. Man kann auf Webseiten surfen, Videos schauen, Quizze machen und vieles mehr. Und es gibt so viele Dinge, über die man mehr erfahren kann. Sammy, unser gefiederter Freund, hilft uns beim Überlegen. Und Sammy will wissen, worüber möchtet ihr mehr wissen, wenn ihr online seid. Überlegt euch zehn Sekunden lang, was ihr online alles gerne nachschaut. 3, 2, 1, OK, Stopp! Sicher haben alle, die zusehen, viele spannende und verschiedene Dinge gesagt. Das ist ein Grund, warum das Internet so toll ist. Und wenn ich an das Wort Richtig denke, dann fallen mir noch andere Wörter ein, die dasselbe bedeuten. Fallen euch auch welche ein? Ihr habt zehn Sekunden Zeit, euch Wörter zu überlegen, die dasselbe wie Richtig bedeuten. Los geht's! 3, 2, 1, gut gemacht! Wie viele sind euch eingefallen? Vielleicht habt ihr an einige dieser Wörter gedacht. Wahr, korrekt, vertrauenswürdig. Die bedeuten alle in etwa dasselbe wie Richtig. Ah, Sammy hat noch eine Frage für uns. Sammy möchte wissen, ob wir allen Informationen vertrauen können, die wir online sehen, egal ob es etwas ist, das wir lesen, sehen oder anschauen. Ihr stimmt mir sicher alle zu, dass die Informationen im Internet manchmal falsch sind. In euren Köpfen tummeln sich sicher schon Beispiele. Beschreibt einige Beispiele unzuverlässiger Informationen, die ihr im Internet gesehen habt. Wenn jemand bei euch ist, könnt ihr es ihm oder ihr sagen. Ich gebe euch wieder 20 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Noch 10 Sekunden. 3, 2, 1, und Stopp! Welche Beispiele sind euch eingefallen? Bei mir waren es so einige. Manchmal sehe ich Fotos, die bearbeitet wurden, damit sie einfach perfekt aussehen. Denn am Anfang waren sie wahrscheinlich gar nicht so toll. Ich musste schon einige Pop-up-Anzeigen schließen, in denen stand, dass ich gewonnen hätte. Ach, ich würde gerne ein neues Tablet oder eine Reise gewinnen, aber ich habe bei den Gewinnspielen überhaupt nicht mitgemacht. Echt ganz schön seltsam. Und manchmal sehe ich Online-Berichterstattungen, also sogenannte News oder Nachrichten, die ungewöhnlich oder übertrieben klingen, so, als würde nicht alles in der Geschichte stimmen. Euch sind sicher ein paar ähnliche Erlebnisse eingefallen. Es ist super, dass ihr schon erkennen könnt, dass man einigen Online-Berichten nicht trauen kann. Jetzt überlegen wir uns, wie wir denn richtige und vertrauenswürdige Informationen im Internet finden können. Bitte stellt euch vor, dass ihr ein Projekt über Faultiere macht. Habt ihr schon mal von ihnen gehört? Sie hängen im Regenwald kopfüber in den Bäumen. Als erstes müsst ihr überlegen, was ihr schon über Faultiere wisst. Vielleicht habt ihr etwas im Fernsehen über sie gesehen oder etwas über sie gelesen. Was fressen sie? Wo leben sie? Wie sehen sie aus? Vielleicht wisst ihr etwas darüber, wie sie sich in der Wildnis verhalten. Ihr könnt das Video hier anhalten, um Zeit zum Nachdenken zu haben. Toll! Hoffentlich sind euch ein paar Fakten eingefallen, die ihr über Faultiere bereits kennt. Stellen wir uns jetzt vor, dass ihr online recherchiert. Ihr sucht nach den Worten Fakten über Faultiere und klickt auf diese Webseite. Da gibt es ein paar Fakten. Lesen wir sie mal. Nummer 1 Faultiere sind die coolsten Tiere überhaupt. Nummer 2 Faultiere sind sehr langsam. Sie bewegen sich in einer Minute nur drei Meter vorwärts. Nummer 3 Faultiere schlafen gerne viel. Sie schlafen bis zu 30 Stunden am Tag. Nummer 4 Faultiere haben im Gesicht dunkles Fell mit weißen Flecken über den Augen zur Tarnung. Jetzt vergesst nicht, dass im Internet nicht alles richtig ist. Woher wissen wir also, ob wir der Webseite vertrauen können? Entscheidet bitte mit eurem Vorwissen über Faultiere und indem ihr über jeden dieser Punkte gründlich nachdenkt. Welche Aussagen sind wahr und vertrauenswürdig und bei welchen zweifelt ihr an der Richtigkeit? Wenn ein Erwachsener mit euch am Bildschirm sitzt, könnt ihr euch darüber austauschen. Halte das Video hier an und entscheidet, welche Behauptungen richtig sind und welche nicht. Ich zeige euch jetzt, welche Behauptungen richtig sind und welche nicht. Nummer 1 ist nicht richtig. Die Person, die das geschrieben hat, denkt vielleicht, Faultiere seien die coolsten Tiere, aber das ist kein Fakt, sondern eine Meinung. Nummer 2 Stimmt. Faultiere bewegen sich sehr langsam. Tatsächlich gehören sie zu den langsamsten Tieren auf der Erde. Nummer 3 ist nicht richtig. Faultiere schlafen zwar gerne, aber sie könnten niemals bis zu 30 Stunden am Tag schlafen, da ein Tag ja nur 24 Stunden hat. Tatsächlich schlafen sie bis zu 20 Stunden am Tag. Nummer 4 ist nicht richtig. Es ist genau andersrum. Faultiere haben helles Fell im Gesicht und dunkle Flecken über den Augen, so wie es auf dem Bild der Webseite zu sehen ist. Das ganze Gerede von müden Faultieren hat mich auch müde gemacht. Rütteln wir uns wieder wach und machen weiter. Wie ist es gelaufen? Man muss so vieles berücksichtigen, wenn man herausfinden möchte, ob eine Information im Internet richtig ist oder nicht. Wie habt ihr es herausgefunden? Vielleicht habt ihr das Wissen genutzt, das ihr über Faultiere bereits hattet. Vielleicht habt ihr online nach weiteren Informationen über Faultiere gesucht, zum Beispiel in Artikeln oder Videos. Oder ihr habt einen Erwachsenen nach seinem Wissen gefragt. Das sind alles nützliche Tricks, um die Richtigkeit von Informationen im Internet zu prüfen. Deswegen steht R für richtig. Was im Internet steht, ist nicht immer richtig. Deshalb müssen wir ständig prüfen, ob das, was wir online sehen oder lesen, vertrauenswürdig ist. Was können wir tun? Die Faultier-Webseite war schon ein guter Anfang. Lasst uns 10 Sekunden lang überlegen. Abgesehen von dem, was wir schon gemacht haben, was könnt ihr noch tun, um zu prüfen, ob Informationen, die ihr online findet, richtig sind. Bereit? Los! 3, 2, 1 und Stopp! Gut gemacht! Ihr habt sicher ein paar gute Ideen. Und wenn nicht, dann hilft Sammy euch. Ihr könnt vieles tun, wenn ihr nicht sicher seid, ob das, was ihr im Internet seht, richtig ist. Wie bereits gesagt, nutzt das Wissen, das ihr schon habt. Wenn ihr mal nachdenkt, werdet ihr überrascht sein, wie viel ihr über ein Thema bereits wisst. Vergesst nicht, dass die Meinung oder Gefühle von jemanden nicht das Gleiche sind wie ein Fakt. Ihr könnt überprüfen, ob die Quelle, das ist da, wo die Information herkommt, vertrauenswürdig ist. Und so, wie ihr es vielleicht schon gemacht habt, könnt ihr online schauen, ob andere Quellen das bestätigen, was ihr bisher herausgefunden habt. Wenn jede Webseite etwas anderes sagt, solltet ihr euch Hilfe von einem Erwachsenen holen. Das könnte ein Erwachsener sein, der mit euch zusammen wohnt, ein Lehrer oder ein anderer Erwachsener in der Schule. Super gemacht! Jetzt seid ihr Experten für die R-Regel. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben drei spannende Challenges, die ihr vielleicht ausprobieren wollt. Nummer 1. Mal sehen, wie viel andere darüber wissen, dass nicht alles im Internet richtig ist. Die Challenge ist, sucht euch ein Tier aus, das ihr mögt und schreibt darüber. Dabei sollt ihr die Fakten mit erfundenen Behauptungen mischen. Zeigt das Ergebnis eurer Familie und Freunden und schaut, ob sie erraten, was falsch und was richtig ist. Nummer 2. Sucht euch ein Thema aus, das euch interessiert und recherchiert etwas, um online fünf Webseiten zu finden, von denen ihr denkt, dass sie richtige Informationen zum Thema beinhalten. Zeigt sie einem Erwachsenen und erklärt, warum ihr die fünf ausgesucht habt. Nummer 3. Redet mit einer anderen Person darüber, was ihr über die R-Regel gelesen habt. Und fragt sie nach der verrücktesten und falschesten Information, die sie im Internet gefunden hat. Fragt, woher sie wusste, dass es falsch war. Sucht euch die Challenge aus, die euch gefällt oder versucht es mit allen dreien. Für die Erwachsenen gibt es auf unserer Webseite besecure.lu noch viel mehr Informationen über Sicherheit im Internet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!